Jetzt ist er da, der H2 OMOP X5. Das einzige Dampfreinigungsgerät mit 5 Funktionen in einem. Mit diesem Gerät können Sie Ihr komplettes Zuhause im Handumdrehen reinigen. Er ist ultraleicht und beweglich. In der Grundausführung ist der H2 OMOP X5 ein kraftvoller Dampfreiniger für Fußböden. Mit seinen 1300 Watt erhitzt er in Sekundenschnelle auf 110 Grad. Der heiße Dampf dringt auch in die kleinsten Ecken und Rinnen ein und entfernt so Schmutz, Fett und Staub ganz ohne Anstrengung. Und wie sieht es denn mit Teppichen und Teppichböden aus? Staubsaugen ist anstrengend und hilft auch nicht bei Flecken. Aber mit dem praktischen Teppichgleiter reinigt der neue X5 auch Ihre Teppichböden. Mit der kraftvollen Strahldüse können Sie effektiv in der Küche oder im Badezimmer putzen. Und mit den runden Bürsten aus Messing und Nylon entfernen Sie auch richtig schwere Flecken. Wenn es um Staubwischen und Polieren geht, dann ist der Staubwedelaufsatz ideal. Damit können Sie Jalousien, Fensterbretter und Treppengeländer schnell und einfach putzen. Ja, sogar Edelstahl können Sie damit säubern und polieren. Fensterputzen ist mit dem X5 keine große Anstrengung mehr. Mit dem Aufsatz für Fensterreinigung wird das Fensterputzen kinderleicht und das Ergebnis einfach brillant. Sie können damit auch schnell und einfach Duschkabinen und Kacheln zum Glänzen bringen. Aber das ist noch nicht alles. Mit dem Aufsatz zum Dämpfen von Kleidungsstücken können Sie schnell und einfach Falten glätten, Gardinen reinigen und Betten auffrischen. Der Dampf hilft Ihnen sogar, Staubmilben aus Polstern und Textilien zu entfernen. Und das alles ganz ohne Chemikalien. 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 Und das alles ganz ohne Chemikalien.